Herzlich willkommen bei Mica Caravan. Ihr seid wieder bei uns auf dem Kanal gelandet und heute möchte ich bei dem Mobilwetter das etwas verbaute Auto einen Teil 2 draus machen. Doch eins möchte ich noch mal kurz vorher bemerken. Ich habe zwei so spezielle Kandidaten gehabt, die so tolle Bemerkungen gemacht hätten, so von wegen, ob ich nichts anderes zu tun hätte über Negativarbeiten hinwegherzuziehen und mich daran zu ergötzen, wie schlecht es andere machen und ich würde eine Selbstbeweihräucherung tun. Hier möchte ich mal ganz klares Statement dazu abgeben. Also ich habe überhaupt nichts vor mit Selbstbeweihräucherung, weil auch wir machen Fehler, die wir aber beheben, wo wir dazu stehen. Wir sind auch nicht perfekt und auch uns passiert mal was. Zum Zweiten habe ich in keinster Weise irgendeinen Namen benannt. Das möchte ich auch ganz klar dazu sagen. Ich habe weder dazu gesagt, was für Werkstatt was gemacht hat, noch wer da was gemacht hat. Ich möchte nur eins dazu sagen. Ganz am Anfang vor dem Video war unten ja der Händler Lamarca gestanden. Nein, der hat die Solaranlage nicht verbaut. Das waren andere Werkstätten. Und ich möchte aber trotzdem das ganz klarstellen, damit ich keine Namen nenne, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich möchte hier über irgendjemanden herziehen. Ist überhaupt nicht meine Absicht. Was meine Absicht ist, ist euch zu sensibilisieren. Wenn ihr irgendwo seid, in irgendwelchen Werkstätten, bitte passt auf, was ihr bekommt. Das ist das Einzige, was ich damit sensibilisieren möchte. Das kostet alles einen Haufen Geld und der Kunde hat jetzt gut und gern zwischen 15.000 und 20.000 Euro in den Wind geschossen, wo ich einfach sage, ich möchte darauf sensibilisieren und ich sehe mich als YouTuber hier, der den Kanal betreibt, schon ein bisschen sehe ich mich da in der Pflicht, meine Kunden sowie aber auch andere Menschen da draußen, die unsere Videos gucken, so ein bisschen zu sensibilisieren. Warum? Auf was muss man aufpassen? Wie kann was sein? Und bestimmte Dinge sieht man ja dann selbst. Mensch, stimmt, ist richtig, da sollte ich vielleicht aufpassen oder das könnte ich mir zeigen lassen. Denn es wird leider Gottes halt einfach so ein bisschen manchmal was verkauft, was nicht ganz so toll ist. Und ja, dazu einfach so ein bisschen sensibilisieren, dass man da ein bisschen aufpassen kann, worauf man vielleicht als Kunde schauen sollte oder kann oder muss und dass man so was umgehen kann. Und ich denke, dass das schon ganz wichtig ist und das machen meine Kollegen ja auch ab und an, ob das andere Firmen sind, die auf YouTube tätig sind, aber die machen es auch alle nicht aus dem Grund, um jemanden schlecht zu machen, um einfach zu sensibilisieren, wie es eben nicht gehört. Und warum mache ich das? Ich mache das auch aus dem Grund, weil es halt auch leider Gottes in dem Berufszweig, wo wir haben, hier Umrüstung der Wohnmobilelektrik, es keine große Zertifizierung dafür bräuchte, um sich hier selbstständig zu machen. Und das wiederum finde ich auch wieder so ein bisschen schade, denn hier kann fast so ein bisschen jeder tun und lassen, was er will. Wir sind hier teilweise im 12-Volt-Bereich, wo man nicht einmal einen Elektroschein braucht. Natürlich, wenn man Wechselrichter und so weiter, schaut die Welt anders aus. Aber dennoch muss man da schon so ein bisschen sensibilisieren. Und genau deswegen mache ich jetzt den zweiten Teil und zeige euch mal das Fazit, weil wir haben jetzt die Solaranlage runtergemacht und wir werden die dann neu aufsetzen. Aber worauf hier auch wieder geachtet werden sollte. Und da nehme ich euch so ein bisschen mit. Bis gleich. So, jetzt sehen wir mal das Dach. Wir haben jetzt die Solaranlage entfernt. Das haben wir ganz sauber hinbekommen. Und wir machen jetzt hier nur ein bisschen die Klebereste weg. Das wird alles schön sauber wegpoliert. Und dann wird die Solaranlage komplett neu angeordnet. Warum haben wir das alles weggemacht? Weil, wie ihr euch erinnern könnt, diese sechs Platten, die hier lagen, alle miteinander verbunden waren. Warum haben wir aber keinen anständigen Ertrag nach unten gekriegt? Denn das war ja hauptsächlich die Beanstandung auch vom Kunden. Weil nämlich durch die sechs Platten bei den Steckverbindern, so wie wir es auch hier sehen, die eh sehr stark in Frage zu stellen sind, immer wieder Fehler drin sind. Und wenn man die nicht anständig verklemmt und nicht anständig, wie soll man sagen, Kontakt anständig hat, dann sind es schwachstellen. Riesengroße Schwachstellen. Und Leute, ihr könnt mir jetzt angucken, wie ihr wollt. Das ist, man kann die Stecker nehmen, weil bei verschiedenen Platten sind sie halt nun mal drauf. Das kann man tun, aber da muss man ganz behutsam mit den Steckern arbeiten und dementsprechend die Verbinder prüfen, damit die auch wirklich alle Durchgang haben. Und natürlich auf die Kabelquerschnitte achten. Das sind so Punkte, wo man sich wirklich beherzigen muss, damit man das tut. Man kann die natürlich nehmen, überhaupt kein Problem, weil, wie gesagt, bei verschiedenen Modulen sind die standardmäßig dran. Nur, dann muss man wirklich den Durchgang prüfen, muss die Querschnitte prüfen und muss die wirklich sauber verquetschen. Und bei den Steckern, wo jetzt da dabei sind, da zeige ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu. So, hier haben wir jetzt die Platten, die wir demontiert haben. Das sind jetzt diese eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Platten. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, die waren hier durch den Rahmen, hier alle miteinander verbunden. Also, das ist schon ein Ding, wo ich mir denke, wow, das ist so eine Sache, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Weil, wenn mal mit einer Platte irgendwas ist, dann kommt man ja gar nicht ran. Also, die eine Platte, wenn die mal defekt ist, die kann ich weder austauschen, noch kann ich mit der irgendwas tun, was ich schon mal überhaupt ganz schlecht finde. Und beim Montieren ist ja eins schon passiert. Eine hat ja schon einen Knick gehabt, das ist die hier. Man sieht es. Da ist wohl versehentlich dann auch schon jemand draufgekniet oder wie auch immer. Jedenfalls hat die schon mal hier einen kräftigen Dartsch gekriegt und hier eine richtige Wölbung. Also, die muss man eh mal durchmessen, ob die noch richtig läuft. Wobei ich da jetzt keine Problematik sehe, aber bei Neuplatten ist das schon wieder, ja, nicht wirklich so schön. Dann, was mir als nächstes aufgefallen ist. Wir sehen hier relativ starke Kabel und der Kollege, der das dann montiert hat, ist hier mit wesentlich schwächerem Kabel vom Querschnitt her, sieht man ja eindeutig, also dass die Kabel wesentlich schwächer sind, dann hier mit den Steckern weitergegangen. Also, das alleine halte ich schon wieder für sehr schwierig. Dann haben wir hier teilweise, das sind, wie soll ich jetzt sagen, Stecker. Ich habe die hier mal aufgemacht. Die waren hier nur geklemmt. Also, das sind so Klemmbrücken. Also, man macht nichts anderes wie das Kabel, so lose wie es ist. Und man sieht, ich konnte das hier aus dem Stecker ganz leicht rausziehen. Also, das Kabel ist fast nicht gequetscht, sieht man ja, war das einfach lose, relativ lose, sauber da drin gesteckt. Das war zwar drin gesteckt, ja, aber ich bin der Meinung, wenn man die Stecker, wenn man die Stecker nutzt, dann muss man welche nehmen, wo man die Kabel, da gibt es nämlich extra welche, wo die Kabel richtig reingekrimmt werden. Die werden dann richtig gequetscht. Das hier ist alles bloß nicht gequetscht. Das ist, das Kabel wurde nie richtig gequetscht. Das war einfach nur drin gesteckt und mit einer Feder gegen gehalten, damit es nicht mehr rausrutscht. Das war der einzige Punkt. Und das verstehe ich nicht, weil da ist ja der Fehler schon vorprogrammiert. Und dann natürlich sehen wir hier ganz eindeutig auch wieder sechs Platten miteinander verbinden, in Reihe schalten und für die Verbindungen immer ein schwächeres Kabel nehmen, wie eigentlich hier serienmäßig an den Solarplatten dran sind. Auch das, sorry, sehr fragwürdig. Da kommt natürlich schon mal immer weniger runter. Dann diese relativ losen, nicht gekrimmten Steckverbindungen. Allein das kann schon die Riesenursache sein. Und dann sechs Platten in Folge an dem dünnen Kälbchen mit, ja, wir haben hier eine Leerausspannung. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Leerausspannung hat hier 42 Volt, mit 42 Volt angegeben. Es sind 100 Watt Module. Also das ist gar nicht so schlecht, der Wert. Aber ich denke mir halt, der Kurzschlussstrom 3 Ampere, maximaler Arbeitsstrom 2,77 Ampere. Da sollte schon ein bisschen vernünftiges Kabel, zumindest im gleichen Querschnitt, weil nicht umsonst sind die Querschnitte hier an dem Kabel verbaut. Also warum geht man jetzt mit einem kleineren Querschnitt weiter und die aber dann auch noch gesamt, also sechs Platten an den kleinen Querschnitt. Ja, ein bisschen fraglich. Dann, wie ich schon mal erwähnt habe, gehörten die ganzen Abdeckkappen hier runter. Das ist ein Schönheitsding, aber okay. Aber was ich dann noch entdeckt habe, und das war dann natürlich wieder der Oberknüller, das geht natürlich wieder gar nicht. Also ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber das ist jetzt wirklich was, wo in einem Kfz überhaupt nichts zu suchen hat. Eine Lüsterklemme. Da bin ich raus, das geht überhaupt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, warum man sowas verbaut, warum das da gemacht wird. Da kann man sich wirklich anderweitig helfen, wie Lüsterklemmen zu nehmen. Das geht nicht, Leute. Also wenn ihr das seht, in eurem Auto, wenn da irgendwie Lüsterklemmen verbaut wurden, definitiv nicht lassen, weil das ist immer eine Gefahrenquelle. Lüsterklemmen sind Verschraubungen. Verschraubungen. In dem Fahrzeug haben wir permanente Vibrationen. Die Schraube geht auf, die vibriert sich locker. Das geht einfach nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Sowas kann man nicht tun. Also da bin ich wirklich absoluter Gegner davon. Und wenn man ein bisschen professionell arbeitet, dann würde man das auch nicht tun. Also das funktioniert nicht. Ja, jetzt haben wir weiter die Platten eben hier stehen. Wir werden die jetzt alle durchreinigen. Wir werden die Steckverbindungen alle entfernen in dem Sinn, weil die Platten müssen komplett neu verlegt werden. Wir werden da sauber Spoiler dran machen. Wir werden die Platten neu anordnen auf dem Dach und dass wir da dementsprechend einen sauberen Strom runterkriegen, um dann auch zu gewährleisten, dass die 700 Watt, also eine ist ja noch die 700 Watt dann auch anständig funktionieren. Das wollen wir jetzt dann alles neu auflegen. Und dann habe ich euch ja auch noch erzählt, dass wir hier mit den Batterien ein bisschen Probleme hatten, sprich mit der elektrischen Verteilung. Und ich möchte euch jetzt noch mal ein bisschen was zeigen, so wie hier angeschlossen war. Also hier sehen wir mal ein Verteilungsbild, wie das angeschlossen war. Das heißt, wir sehen hier die Batterie 1, wir sehen hier die Batterie 2. Hier ist man jeweils vom Pluspol direkt auf den Hauptschalter, um dann auf die Verteiler zu gehen, also sprich Verbraucher. Genauso hat man es mit dem Minuspol gemacht. Man ist hier mit beiden Minuspolen dann hier hinter auf den Verteiler durch den Messschand durch. Also Leute, ich habe es immer wieder gesagt und ich meine es ist nicht nur in meinem Kanal immer wieder nachzuschauen, auch das habe ich schon mehrmals gesagt. Hier die Verbindung gehört gekappt und hier die Verbindung gehört gekappt. Dann gehört dieser Pluspol hier rüber gezogen und dieser Minuspol hier rüber gezogen. Das heißt, die Verbindung ist weg und die Verbindung ist weg. Das hier gibt es alles gar nicht. Der Strom muss immer diagonal durch die Batterien laufen und hier wieder zurück. Also es kann nicht sein, dass wir hier nicht diagonal laufen. Also sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn hier der Pluspol ist oder hier der Minuspol ist, das ist mal egal, fließt der Strom so rüber, so runter, durch die Batterie durch und diagonal wieder raus. Also ich muss hier einmal entsprechend den Plusverbindung gewähren und dann von der zweiten Batterie parallel geschalten den Minuspol. Ich darf nie von beiden Polen entsprechend, also wenn ich beide Pole nehme und die Verbraucher anschließen, genauso auf der Minusseite. Das ist eine falsche Verbindung. So kann man nicht arbeiten. Das geht nicht. Das geht definitiv schief. Also ich male es hier nochmal auf. Batterie 1, Batterie 2. Dann haben wir hier zwei Pole. Die werden ja miteinander verbunden. Plus, Plus, Minus, Minus. Das heißt, hier werden die Verbraucher angeschlossen und hier oben werden die Verbraucher angeschlossen. Nur so. Dann läuft das alles quer durch. Also von der einen Batterie wird der Pluspol verwendet, von der zweiten Batterie wird der Minuspol verwendet. Ich kann nicht von beiden Batterien den Minuspol verwenden und ich kann auch nicht von beiden Batterien den Pluspol verwenden. Das ist grundfalsch. Und das war genau die Thematik. So war es hier angeschlossen. Drum sind auch die Batterien so extrem weit auseinander, weil das ist ein Schaltbild. Das kann nicht funktionieren. Also könnt ihr nachgucken, könnt ihr nachlesen, könnt ihr nachschauen, könnt ihr im Internet googeln. Das wächst leider, oder Gott sei Dank, nicht auf meinen Mist. Das ist einfach so. Das habe auch ich nicht erfunden. Das ist Elektrik. Und ja, sollte eine Werkstatt können und sich eigentlich auch so beherzigen, dass man das anders anschließt. In dem Sinne schauen wir mal, wie es bei dem Auto weitergeht. Wir werden jetzt am Montag kleine Pause einlegen, weil morgen haben wir ein paar andere Sachen zu tun. Heute ist Sonntag. Morgen haben wir einen Tageskunden. Der kriegt ein paar Kleinigkeiten aus der Schweiz und zwei größere Umbauten. Und dann kommt der T6 nochmal. Da müssen wir zwei, drei Sachen ändern. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten, wo noch anders gemacht werden müssen. Aber ist nicht schlimm. Und ja, da holen wir euch dann auf alle Fälle wieder dazu. Hallo. Ja, das war es wieder aus unserer Werkstatt. Das war der zweite Teil von dem Mobilwetter mit der Solaranlage und mit dem Anschluss der Batterie. Bitte nochmal, ich mache das nicht, um irgendjemanden zu ärgern, um irgendjemanden zum Foppen oder um irgendjemand oder über eben jemanden herzuziehen. Wenn ich das wollte, dann würde ich auch die Namen dazu sagen, was ich nicht mache. Das geht auch niemandem was an, außer den Kunden selber. Und der wird dann schon wissen, was er damit tut. Ich bin, wie gesagt, nur der Auffassung, ich muss es zeigen, damit man eben verschiedene Sachen sich selber oder für euch selber kontrollieren kann und auch dementsprechend nachgucken kann. Das ist das Einzige, warum man sowas tut. Und dann auch, dass ich euch von meiner Seite aus zeigen kann, wie wir das machen, um natürlich auch euer Vertrauen zu kriegen, aber auch, wie gesagt, einfach ein bisschen vorzubeugen und zu gucken, wenn ihr irgendwo seid, wo was gemacht wird, wie ist es bei euch gemacht. Und vielleicht kommt der ein oder andere auch als Selbstausbauer eben auf den einen oder anderen Tipp, wie man es machen kann, wie man es eben nicht machen soll. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen lieben Sonntag, einen schönen Sonntag. Die Sonne scheint. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nachmittagsspaziergang. Über Kommentare freue ich mich wie immer. Genauso wie über ein kleines Like von euch. Ganz lieben Dank dafür. Vergesst bitte nicht, vielleicht, wenn ihr nur Lust habt, unsere kleine Spendenaktion, die noch eine Woche rennt und dann ist Schluss, weil wir werden definitiv dann, Moment, ich muss schnell gucken, am 23.10. losdüsen, um, ich glaube, das ist der 23., ich muss nochmal genau schauen, losdüsen, um die Spende dann persönlich zu übergeben. Da freuen wir uns schon tierisch drauf, weil da können wir ein paar Menschen glücklich machen und das wird eine tolle Sache. Und natürlich nennen wir auch noch unsere ganzen Mitakteure wie Kemper Tobi, Düsseldorf haben wir ein bisschen was gemacht, dann natürlich hier auf unserer Spendenaktion, dann natürlich auch unser Fotograf, wo hier war. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Frank Depping, der auch unheimlich mitgeholfen hat und auch Geld gesammelt hat auf seinem Kanal. Ganz lieben Dank auch dafür und da nehmen wir euch dann alle entsprechend mit, wo das hingeht und wie wir das übergeben. In dem Sinn, bleibt gesund, ganz lieben Dank und bis kommende Woche. Macht's es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.